Mit den Produktionsstandorten Gmunden, Wartberg und Sathlet zählt die Gmundenermolkerei zu den größten Molkereibetrieben Österreichs. Rund 3500 Bauern, vor allem aus dem südlichen Oberösterreich, beliefern die Gmundenermolkerei mit bester Rohmilch. 2009 wurde den Produkten von Gmundenermilch die Auszeichnung gentechnikfrei verliehen. Diese Zertifizierung gibt den Konsumenten die absolute Sicherheit, dass bei der Herstellung der Milcherzeugnisse völlig auf gentechnisch veränderte Produkte verzichtet wird. Die Gmundenermilch-Sammelwegen sind täglich unterwegs. Sie holen den wertvollen Rohstoff bei den Landwirten ab. Bereits am Hof wird die Menge und Qualität der Milch festgestellt. Die Lieferung in eines der Gmundenermilchwerke erfolgt in kürzester Zeit und auf kürzestem Weg. Das schont die Umwelt. In der Gmundenermolkerei werden täglich bis zu 900.000 Liter Milch angeliefert. Jährlich verarbeitet die Gmundenermolkerei ca. 300 Millionen Kilogramm Milch zu verschiedenen Milchprodukten und Käsespezialitäten. Gutes aus dem Salzkammergut genießt man nicht nur in Österreich. Ein beträchtlicher Anteil der Gmundenermilchprodukte wird ins Ausland geliefert. Die Exportquote liegt bei über 40 Prozent. Mit rund 170 Millionen Euro Umsatz pro Jahr und 300 Mitarbeitern ist die Gmundenermolkerei einer der drei größten Molkereibetriebe in ganz Österreich. Nach der Milchanlieferung wird die Qualität der Milch einer genauen Prüfung unterzogen. Erst dann kann die Weiterverarbeitung beginnen. In einem ersten Schritt wird die Milch bei 74 Grad pasteurisiert, um die Krankheitserreger abzutöten. Je nach Endprodukt wird die Rohmilch dann weiterverarbeitet. Die beliebte länger frische Vollmilch wird zum Beispiel für weniger als eine Stunde auf 127 Grad erhitzt und dann wieder abgekühlt. So bleiben wertvolle Nährstoffe erhalten und die Milch bekommt ihre längere Haltbarkeit. Der gesamte Herstellungsprozess ist in der Gmundenermolkerei IFS zertifiziert. Das heißt, er ist einer strengen Qualitätssicherung unterworfen und wird genauestens dokumentiert. So wird die gleichbleibend hohe Qualität der Gmundenermilchprodukte sichergestellt. Jährlich werden bei Gmundenermilch rund 20 Millionen Liter Frischmilch, 20 Millionen Becher Schlagobers, Sauerrahm und Joghurt sowie 120 Millionen Liter Haltbarmilch hergestellt. Eine lange Tradition hat die Käseherstellung im Salzkammergut. Sie reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Bei Gmundenermilch findet diese Tradition eine besonders genussreiche Fortsetzung. Der Traunkirchner Raglett zum Beispiel ist mit seinem würzig-kräftigen Käsearoma als regionale Köstlichkeit von keinem Weihnachtsmarkt wegzudenken. Circa 9 Millionen Kilogramm Käse werden pro Jahr erzeugt. Das Sortiment von Gmundenermilch umfasst über ein Dutzend verschiedene Käsesorten. Viele von ihnen tragen das Salzkammergut in ihrem Namen. So zum Beispiel der würzige Gmundenermilch, der rauchig-aromatische Stoderer Rauchkäse oder der Traunsteinkönig mit seinem zarten Walnussaroma. Kurz, Käse von Gmundenermilch hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Die Gmundenermilch-Käsespezialitäten zeichnen sich durch höchste Qualität aus. Das bringt immer wieder auch die Jury bei nationalen und internationalen Käsewettbewerben auf den Geschmack. Es freut uns, dass unsere Produkte auch in den internationalen Vergleichswettbewerben immer im absoluten Spitzenfeld sind. Wie zuletzt auch unser Gmundenermilch-Premium, der in Wisconsin in den USA zum Käseweltmeister seiner Klasse geführt worden ist. Dieses Geheimnis sieht man letztendlich, wenn man mit offenen Augen durch unsere Region geht und fährt. Diese wunderschöne Natur, die von unseren Landwirten gepflegt wird, da kommt die allerbeste Rohmilch her, die wir mit hochmotivierten Mitarbeitern zu allerbesten Käseprodukten verarbeiten. Vor der Auslieferung aus dem 6.000 bis 8.000 Palettenplätze umfassenden Lager der Produkte wird einmal mehr ihre Qualität kontrolliert. Ein weiteres Qualitätssiegel, mit dem die Gmundenermilch-Produkte ausgezeichnet sind, ist das der AMA. Die Agrarmarkt Austria überprüft die Produkte auf ihre Herkunft und Qualität. Wo Gmundenermilch draufsteht, ist garantiert österreichische Qualität drin. Beste Qualität aus dem Salzkammergut. Die Anlieferung in die Supermärkte erfolgt wieder, richtig, auf dem kürzesten Weg und daher umweltschonend. Im Geschäft kann der Kunde nun aus einer Vielzahl genussreicher Produkte von Gmundenermilch wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017